Gänse, die Helden vom Wiesbadener Reitturnier? Die wahren Schlossherren des Wiesbadener Schlosses scheinen wohl diese gefiederten Tiere zu sein. Die Gänsegroßfamilie eroberte beim Wiesbadener Pfingstreitturnier die Publikumsherzen. Kinder und Hunde wurden unentwegt angemeckert, die kräftigen Pferde beeindruckten sie kein bisschen. Ein schönes Natur- und Tierschauspiel am Rande des Pferdesport-Events in Wiesbaden. Untertitelung des ZDF, 2020